Verdammtes Schrottteil! Das kommt von der Punktstation drückt nur ja, dass ich draufgelegt hab. Er hat aber trauriges Weihnachten. Das ist keine gute Beleuchtung. Das ist halt sparsames Weihnachten. Mhm. Wirklich Sparnachten. Ich hab das Gefühl, jetzt kommt gleich der Bruder von unserem Mr. Rescoum-Divis. Das ist das selbe Szenario. Lad mal alles nach, was du hast. Hab ich. Ja, aber jetzt wird's unangenehm. Jetzt kommt das große Vieh, oder? Seien Sie leise. Auf dieser Seite der Wand sitzen wir quasi auf dem Präsentierteller. Sie ist da drin. Aber wir werden sicher nicht durch die Vordertür reingehen. Warum nicht? Das ist schön groß. Und bietet genug Blut für so zwei Maschinen wie mir das sind, gell? Aber wir haben scheuen, haben sie noch nix, wo noch scheuen einen Kreatin-Crew kürt. Hey. Was? Damit eins klar ist, klar. Wir kamen zu diesem zugefrorenen Scheißhaus, um die Marker zu stoppen. Und nichts. Weder Sie noch Ihre Besessenheit von Ellie kommen mir in die Quere, kapiert? Ich weiß, wo du musst. Wir auch. Zugefrorenes Scheißhaus gefällt mir sehr. Wir haben das Glück. Warten die anderen hinter den Turmen auf uns. Na, du hast ne Bank? Da ist ne Amtsstation. Na. 3 2 Sucherbots jetzt. Hat's doch was gebracht, was wir verteilt haben. Also ich hab, ich hab jetzt hier einen Plan für ne Schrotflinte, ne. Weiß nicht, ob die das ist. Ne, es ist dann eine Schrotflinte. kann sein nein ich habe ich habe plötzlich zwei zu robots ja ich auch das heißt wir haben jetzt hier und eine anzugstation anzugstation hast du gesagt ja schon ich muss erst mal suche bots ich habe noch ein ich kann nicht frei lassen ok ich muss unbedingt wollen ich kann jetzt echt nichts machen also ja 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 go jetzt kommen wir hoch das wird ein bisschen mehr pumpen und weniger fressen sollen auch kommen sie es ist zu dicke ziehen sie auf weiches gewebe warte bis die pentago rauskommen Untertitelung des ZDF, 2020 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 ja letzte nacht war wieder kurz der tag war anstrengend ist aber so fluch wenn du am wochenende aufhörst um 12 zu streamen und dann noch fast bis um zwei wach bleibst bei irgendeinem anderen streamer dann versuchst kennst du es nicht doch nur zu gut ja dann wieder sagt dein körper sich so erstellen um sechs auf bis vier stunden geschlafen steh um sechs auf fünf auf 7 oder so noch ich kenne ich doch immer davon da oben ist aber von der schnellen truppe genau die und da sind nicht mal alle vier ich hätte gern paar von denen einfach einfach ich glaube ich glaube kava ist mehr military man statt mechanic mehr das outfit von feuer besser gefallen hey wir haben gefügelt wir so sagen wieso sieht sie ziemlich ist sehr förmlich ja bitte das war ein doppelsofa ein doppelsofa man könnte irgendwo nicht mitmachen was wir müssen die verdammte maschine abschalten und wissen nicht mal wo sie ist angeber streber stiefelkreis was und das lieber paul ist genau der grund warum die leute sich für asi hielten am samstagabend entschuldigung waren wir wirklich so assi am samstag flo ja schon recht ja okay und schuldreieck was turn schuldreieck eine schöne runde tabletop eine große map wir haben schon noch tabletop gespielt von wegen das ist eine karte der anlage das ist einfach der tabletop das ist einfach nur nerds ja deswegen ging das ganze hier im bach runter die haben einfach nur gezockt ich brauche eine torkstange ok ja wenn sie männer brauchen um diese eiswürfel abzuziehen um denen sie arbeiten kommen sie zu mir und nur zu mir natürlich ich dachte nur es ist egal wie viel unterstützung sie zu hause haben sie spielen gefährliches und hier draußen spielen sie nach meinen regeln sehr sympathisches kalten hm ja 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 Ah, das ist ein Bastard. Was ist das? Ach nix, nur ein kleines Tief. Hey, warte auf Isaac. Isaac, wir sind hier draußen. Und wir frieren. Vereinten Sie sich bloß. Wir haben Schneeanzüge, weiß nicht was ihr habt. Sonst ist mein Charakter so reingehechtet. Boah, Flo, die sind echt voll die Nerds. Sie haben die Tabletop-Karte auch noch in echt nachgestellt. Scheiße, ey. Wahnsinn. Sie wollen die Beweise vernichten, dass sie Nerds sind. Haben sogar die Einheiten nachgebaut. Oh du, warte. Ich glaube diese Dinger, die so schnell rennen, kommen jetzt. Also im Laufe dieses Kampfes, beziehungsweise nach dem Kampf meine ich. Jetzt kommen erstmal normale Gegner. Ja. Alles klar, Jungs. Sorry. Weißt du was ich finde? Du kannst die nicht zerhacken. Okay. Weil es menschliche Gegner sind. Weil es menschliche Gegner sind. Das hätte die Altersbegründung nach oben gejagt. Von 18. Von 18 auf 18. Von 18 auf 18. Okay, mit dem da muss man dann. Hi Michi. Woher kamen die? Sie müssen uns hierher gefunden. Was zur Luft. Das ist unmöglich. Nicht durch den Shock Space. Ach ja? Ist aber so. Ali. Schast uns bis zum Lager? Oh Gott. Da kommen sie. Ali. Ich denke immer noch, wir spielen eine abgefahrene Variante von der Last of Us. Eine abgefahrene Variante von Last of Us. Colin, schaff deine 9. Er ist hier lang. Colin? Colin? Geben? Die Rocket Beans greifen an. Oh Gott. Das ist nicht ihr Lied. G-A-M-E-T-W-U. Nein. Beste Schirm im Radio. Sie haben Schallwaffen. Schlager. Schallwaffen. Schlager. Schallwaffen. Das hier heißt Schlager. Wer mit zugeschlagen wird. Oh Michael, in einem schlechten Wort wird es gemacht. Sum Sum, die Rocket Beans greifen an. Und Beans nicht wie Boon, sondern wie Biene. Schön, dass sie sich darum kümmern, dass ich keine Deckung habe. Ja, die machen sich halt Gedanken, das finde ich schön. Mhm. Das sind halt noch Gegner, die sich wirklich um uns kümmern. Mhm. Ich kämpfe für eine andere Sache, aber im Geiste sind sie doch für alle vereint, ne? Geist das allen gut? Im Geiste sind wir einfach alle kalt. Das sind alles andere als in Sicherheit. Die sind unter Isaac Herr und wir sind ins Fortfeuer geraten. Da! Das Lager! Das Experiment zur Signalverfolgung sollte darin sein. Das sind diesen ganzen Herr nicht wertvoll. Ich bin vor Ort. Und wenn ich hier sage, es ist schlecht, der ging runter wie Honig. Ahhhh. So, du wirst wirklich in 4 Wochen kommen? Wenn er mich diese weitermacht werde ich definitiv nicht kommen. Schade Ich kriege die Ich hab's mir echt dafür Und dann zu dieser Aber am Samstag war's ja ganz schön azi im Stream am Freitag Schade Ich hab's da I'm still waiting For the guy in the un... Ach nee, warte mal, wir können ja noch den Stimmt Ich mein ich brauch Wolframs, das kann ich aber im Anzug halten Nun kommen und nun machen Ja, Wolframs ist schlimm Ja Mich hieß FKK, ja FKK, Entschuldigung Nee, die ist FKK Du, Michi sind eh bald fertig Wir wollen jetzt eigentlich bloß noch, weiß nicht wann der nächste Ja Die muss eigentlich gleich kommen Wir hätten ihnen das Poster mitbringen sollen von voran, Flo Ach so Müssten wir jetzt nicht den Arsch retten Du bist lang Okay, dann geh ich mal da lang Komm her Gute Nacht Michi Gute Nacht Michi Gute Nacht Michi, schlaf gut Bis... Vielleicht morgen Also Flo und ich, wir sind da Ich weiß nicht ob du auch da bist Okay, das sieht aus wie Hier werden die Gegner gespawnt Was ist das für ein Roboter Der hab ich da abgesetzt, das ist ein Ressourcenlager Achso, okay Das sieht ja aus wie so ein Spawnplatz, oder? Für die Gegner Ja Ja Was ist morgen? Morgen ist wieder Dead Space? Ja Ganz einfach Am Dienstag wahrscheinlich auch Am Dienstag wahrscheinlich auch Mittwoch wieder Pause? Mittwoch wieder Pause, ja Am Donnerstag haben wir eh wieder was vor Hoffentlich Wer ist deine Schwester jetzt eigentlich? Ach Hab heute mit ihr gemauert, weil es noch nicht so weit ist Wir planen dich wohl ein, ja als schlechten Gag Schreiber Planen wir dich ein Michi Jetzt gesinne ich erstmal die Aussicht Wir haben genug Gute, jetzt wollen wir auch mal einen schlechten Schön Diese Aussicht Flo ist für unsere Liebe Stürbisch Ich dachte jetzt vorher alles weiß Genau deswegen brauchen wir dich Michi Wir brauchen dich, Richter und Rohr Dann weiß doch noch keine Sau was Ja ich weiß, bis Donnerstag auch nicht mehr Aber mich wunders, dass du den Namen weißt Ja und ich sag bis Donnerstag weiß es auch nicht mehr WAH Au Das war auch gut Ich wunds grad zerstampft und ziehst den Hunden weg He He Der Marker Das ist einfach nur ne große fette Textmarkerwerbung Die Zukunft eurer Religion Unserer Rasse Hängt davon Haltet ihn um jeden Preis auf He He Flo? Ja ich guck nur grad was Der Michi hat mir was geschickt Was so? Ey dick pic Mir auch? Ne Da wird for you Dark Souls 3 Die veröffentlicht Ich hab gesehen du hast gestern? Heute? Was? Ne Valorant Runde von uns hochgeladen Die wir vor Monaten aufgenommen haben Ja äh Wochenende läuft hier Ah ok Ja da werd ich ja wieder wenns passt dann für Samstag oder Sonntag äh Freitag oder Samstag dass wir zocken Da hab ich Nachtdienst Ja Muss ich schauen Das ist Samstag nicht Ja da werd ich wahrscheinlich Geburtstag Stream machen Freitag keine Ahnung Woher da kennt man jetzt eigentlich einen guten Speicherpunkt in dem Spiel Tja Gute Frage Schon ne Sonst haben wir sowas wie das letzte Mal Letzte Mal ja Dass wir so gefühlt eine halbe Stunde nach spielen müssen wir Gute Nacht Michi Gute Nacht Michi Gute Nacht Michi hau rein Hab dich lieb Bussi Und ja Flo das sag ich zu jedem Was? Ich weiß der Busfahrer beschwert sich jedes Mal Lass ihn schon umsonst mitfahren und trotzdem will er mir einen Bussi geben Mhm Mhm So jetzt komm mal weiter Immer weiter Immer heiter So Und Bestoff ist rausgekommen Uh Oh So Einschlafen vorm anschauen Das wärs eigentlich Ich Komm jetzt die schneiden Gegner Nö Jetzt kommt nur welche wo ich schieße Ach nur Headcrap Ja das sind die Scheißdinger die dich kontrollieren wenn du sie nicht richtig tötest Oder was ist das Mhh 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 Ej. ich hasse diese Kacke Ja Woh 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 Das ist immer eine ernst gemeinte Frage gibt es nicht nur einen mit einer Regenwolke oder so Ich wär irgendwie lustig Der ich dann jedes Mal anschreibe für Akin Skywalker Ich hasse euch Hahahaha Aber gibt mal einen Sohn sein Date das ist Leiterschwert Ah Hahahaha Kann es sein dass uns unserer Instagram Historie unsere Star Wars News ein bisschen grad zu nehmen Flo Das kann sein Aber die sind halt auch gerade echt wieder verbreitet ich weiß nicht warum Mhh Ja Dipp 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 Ich habe dir gesagt, bestell die beim Online-Shop, die Tickets selber neu und du sagst dir mal Abendkasse, Abendkasse. Jetzt kommt das Spiel wieder. Nein! Was soll ich sagen? Er steht echt gut mit dem Bein im Leben. Mit beiden Beinen, ja. Ja. So. Okay, jetzt kann man, würde ich sagen, aufhören, weil hier steht Fortschritt, wird gesperchert. Ja. Gut. Ah, schön war es, wir trotz alledem wieder. Ja. Wir sind noch gut vorangekommen, endlich aus dem scheiß toten Raum raus.